Herzlich Willkommen zum Fragengeballer. Heute mit Arne Friedrich, unserem Sportdirektor und meine erste Frage. Bist du bereit? Ja. Für unser Fragengeballer? Ja. Erste Frage. Hertha BSC ist für mich? Blau-Weiß und mein Verein. Von der Mannschaft erwarte ich? Einsatz. Pal Dardai ist? Ein guter Trainer. Es macht mich glücklich, wenn? Ich hier mit dir das Interview füge. Ich bereue es, das? Nichts. Der schönste Moment in der laufenden Saison war? Das ... Puh. Der schönste Moment war ... Der Sinn ist, dass es schnell gehen soll. Ja, das ist auch echt nicht einfach jetzt. Wir machen einfach so einen Zeitraffer. Das Tor von Luca Netz. Der schlimmste Moment in der laufenden Saison war? Die erste Halbzeit gegen Stuttgart. Wenn ich den Blick in die Zukunft richte, dann bin ich? Optimistisch. Am Ende der Saison stehen wir? Nicht mehr da, wo wir jetzt stehen und wir bleiben in der Liga. Die Zukunft gehört? Berlin. So. Lieber Herr Tana, wir haben jetzt nur noch 18 Minuten bis zum Anpfiff. Hertha BSC gegen RB Leipzig. Keine einfache Zeit im Moment für Fußballfans. Wir können alle nicht ins Stadion. Das hat uns bis jetzt nicht so richtig ... Also es hat uns schon gestört. Aber das Wetter war auch nicht so toll. Heute der erste Tag, wo es richtig schön ist. Und auch hier haben alle Fernweh, Heimweh nach dem Olympiastadion. Aber es sind ja nicht nur wir Fußballfans betroffen. Sondern wir leben immer noch in einem Lockdown. Die Läden haben zu, der Einzelhandler hat zu, die Kneipen haben zu. Es ist einfach für alle schwer. Aber Lena, zum Glück haben wir einen Hauptsponsor, der sich gedacht hat, da wollen wir was gegen tun. Homeday ist unser neuer Hauptsponsor. Und die sind momentan mit der Heimsupport-Tour in Berlin unterwegs und wollen damit vier Berliner Institutionen unterstützen. Weil, wie Fabi es angesprochen hat, auch die leiden gerade alle extrem. Und sie haben gesagt, die wollen wir unterstützen. Und es wurden insgesamt 18.000 oder es werden 18.920.000 Euro insgesamt gespendet an vier ausgewählte Berliner Institutionen. Der Auftakt war bei der Caritas. Die haben mit der Spende Sheltersuits, das sind so Kälteanzüge, an die Obdachlosen in Berlin verteilt. Und heute ist der nächste Stop da. Da hat Homeday zusammen mit dem Olympia-Eck 20 kulinarische Fanpakete verteilt, verlost. Das ist das kulinarische Fanpaket von Olympia. Zeig mal, was ist denn da alles? Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs Würstchen. Wir grillen nachher noch nach dem Spiel draußen hier vor der Tür. Perfektes Wetter zum Angrillen, genau. Dazu ein ordentliches Paket Ketchup und Senf, ein bisschen Berliner Luft, Berliner Kindl und das Ganze, natürlich auch noch mit Brötchen, kommt in dieser wunderbaren Tüte. Und das ist ein perfektes Grillpaket und einen besseren Tag als heute hätte man sich ja dafür gar nicht aussuchen können. Und diese kulinarischen Heimspiel-Fanpakete werden heute ausgefahren und zwar nicht von Fabi und mir, wie ihr seht, sondern von Aaron Troschke. Er ist Influencer und waschechter Herr Tana und er supportet Homeday bei dieser Heimsupport-Tour und wir wollen ihn jetzt mal anrufen. Und ich glaube, er ist auch schon in der Leitung in einem Zoom-Call und da sehen wir ihn in Homeday-Wester. Aaron Troschke, wo bist du denn gerade? Ich sehe ein Haus hinter dir. Ja, wir waren gerade das letzte Paket hier in Spandau wegbringen und der Dennis hat sich sehr gefreut, weil das Wetter ist ja pompös. Der schmeißt auf dem Balkon den Grill an, haut die Würstchen rauf, das Bier ist wahrscheinlich vor dem Anpfiff schon weg, aber die Berliner Luft, die kann er sich hinterzimmern, wenn Hertha ein Tor schießt. Dementsprechend sind sechs Buhnen drin. Ja, es ist sechsmal Berliner Luft drin, ich habe nicht gezählt. Ja, wahrscheinlich hat Lena die schon weggeballert, deswegen ist nur noch einer auf dem Tisch. Das könnte sein, weil die Jungs trinken ja auch keinen Alkohol. Also falls ich lalle, es liegt an den fünf Berliner Luft, die ich schon getrunken habe. Aaron, wie verläuft denn bisher die Heimsupport-Tour? Seit wann bist du unterwegs und was machst du da alles? Ja, also bis jetzt läuft es bombastisch. Wir waren wie gesagt bei der Caritas, als es noch kälter war, vor einer Woche, war ja eigentlich der Eisbär noch draußen. Jetzt scheint die Sonne, aber da hat wirklich die Caritas tolle Anzüge an die Obdachlosen verteilt. Heute natürlich die Fans treffen, das war der Hammer, weil die haben sich gefreut und es tut im Herzen weh, heute nicht im Stadion zu sein und das Spiel zu sehen. Aber ja, so ist es nun mal. 20 Leute waren glücklich, die haben auf Instagram bei Homeday mitgemacht. Deswegen kann ich empfehlen, einfach mal Homeday zu folgen, weil jeder, der jetzt traurig ist und denkt so, er hätte auch gern ein Bierschen und ein Bratwurst, ja, Homeday macht es möglich. Die Heimsupport-Tour ist ja noch längst nicht vorbei, was steht denn noch an? Ja, das darf ich doch nicht sagen. Das wird super, also deswegen kann ich da wirklich, folgt Hertha auf Instagram, vielleicht mir und auch Homeday und da kommen noch ganz tolle Sachen, es wird echt bärig, kann man sagen. Ich habe vor allen Dingen die Frage, ich meine, wir haben jetzt noch eine Viertelstunde bis zum Anpfiff, du stehst da irgendwo in der Stadt, wo guckst du das Spiel und was ist deine Erwartung? Sobald ich jetzt hier durch bin, springe ich ins Auto, fahre nach Hause und hoffe, dass ich so eine zehnte Minute einschalten kann, wird natürlich kein Zuckerschlecken heute wahr. Leipzig ist jetzt auch kein Dorfverein. Ich habe gerade gehört, dass der Platz ein bisschen scheiße ist und das könnte eigentlich gut sein, weil dann macht er vielleicht doch mal einen Sprung der Ball, wie er bei Leipzig nicht machen soll und dann kann Hertha doch zwei, drei Angriffe verhindern. Aber ja, eigentlich nach dem Bayern das zweitstärkste Team. Ich bin aber zuversichtlich, so ein schönes 1-1 könnte sein. Ein schönes 1-1, also auch ein Punkt, räumst du uns ein. Wir wünschen dir ganz, ganz viel Spaß beim Fußball gucken bei Hertha BSC. Nimm dir noch ein bisschen Berliner Luft mit, dann kannst du auch bei jedem Türchen dir einen reinzimmern, auf das es ein Punkt wird, mindestens. Das wäre schön. Vielen Dank, Aaron Troschke. Danke, Aaron. Tschüssi. Ja, also Home Day auf jeden Fall folgen. Aaron hat es angesprochen. Da stehen noch zwei Aktionen aus. Aaron durfte das natürlich nicht verraten. Ich weiß es auch schon, was noch ansteht. Also ich kann euch sagen, es lohnt sich. Folgt Home Day unter dem Hashtag Heimsupport. Gibt es da noch ziemlich viel. Ja, und ich glaube, jetzt haben wir nicht mehr ganz so lange bis zum Anpfiff. Ich verteile jetzt mal die Berliner Luft. Das Kindl stelle ich nämlich jetzt kalt. Die Jungs trinken keinen Alkohol. Ich muss sie alleine trinken. Jetzt gibt es aber auf jeden Fall Musik erst mal von DJ Ferry. Wir werden dem noch auf die Spur gehen, ob das Gefühl von Fabi denn so richtig ist. Wenn wir über die sozialen Medien sprechen, dann war diese Woche ein Thema sehr präsent. Eine wichtige und starke Aktion von dem Fußball-Kultur-Magazin Elf Freunde. Denn die haben eine Kampagne gestartet mit dem Motto, ihr könnt auf uns zählen. Und wir sehen es schon. Niklas Stark und Dedrick Boyata sind auf einem der Cover der neuen Elf Freunde. Und ihr könnt auf uns zählen. Diese Aktion will homosexuellen Fußballern beim Thema Outing den Rücken stärken. Denn es hat sich bis heute noch kein aktiver Fußballer geoutet. Und diese Aktion will natürlich niemanden zum Outing drängen. Ganz im Gegenteil. Sie wollen eigentlich nur sagen, und das waren über 800 Fußballerinnen und Fußballer, die sich dazu bereit erklärt haben, diese Erklärung mit zu unterschreiben und mit ihrem Gesicht dafür zu stehen. Egal wann und wie und in welcher Form ihr euch outet, wir stehen hinter euch. Wir wollen euch unterstützen und wir werden euch verdammt nochmal verteidigen. Und das haben nicht nur zahlreiche Fußballerinnen und Fußballer gemacht, sondern auch ziemlich viele Herthanerinnen und Herthaner. Wir sehen es ja. Hier, ihr könnt auf uns zählen von Martin Krieger. Und wir als Hertha BSC sagen, liebt doch wen ihr wollt. Wir stehen für Vielfalt. Wir sind gegen jegliche Art von Diskriminierung. Und das ist ein ganz starkes und wichtiges Zeichen und hoffentlich der Anstoß von etwas ziemlich Großem. Und wir sind auch sehr stolz, dass wir mit den Hertha-Jungs den ersten schwul-lesbischen Fanclub in Deutschland haben. Und die haben auch nochmal darauf hingewiesen, hey, präsentiert euch mit einer Pappe, supportet diese tolle und wichtige Aktion. Und wir als Hertha 030 haben gesagt, wir wollen dabei sein. Wir stehen hinter euch. Wir wollen solidarisch mit allen sein, die sich dazu bereit erklären, sich zu outen. Ihr könnt auf uns zählen.